Hallo, 9 Uhr morgens, Kernprobezeit, Januar, 25. Frage, Nerdquase-Kalender, diese. Um welche Sportart ging es in der Anime-Serie Mila Superstar? In meiner theoretischen Lieblingssportart, was nicht stimmt, weil es ja nicht Beach ist, sondern Volleyball. So ist es. Ich freue mich auf den Tag, wo ich mal mit vollster Überzeugung was falsch beantworte und dann mich wundere, wie peinlich man daneben liegen kann. Noch ist es nicht passiert, vielleicht passiert es ja morgen. Bleibt dabei und wir werden es sehen. Tschüss.